Ah! Und los geht's! Nicht ins Gras fahren! Ah! Nein! Ah! Alter! Ich geh rechtzeitig weg! Ja! Wir nehmen schon auf! Ich filme! Ich glaube wir werden fail! Ich glaube wir werden fail! Nein! Ich weiß schon! Es nimmt schon auf! Oh! Oh! Du hast die ersten Mountain Dew Flasche verloren! Warte zeig mal! Was ist los wieder? Was ist los? Ja! Die Mountain Dew Flasche! Ein schwuler Holti! Ja! Das macht komische Anzeichen! Okay noch einmal! Ja! Ja! Oops! Oops! Was ist los! Oh shit! Nein! wir zwei sind größte profis und bekloppte was soll ich da zusammenschneiden? scheiß alter ich benutze die flaschen um zu grenzen und zu lenken lass deinen like da für dieses kommentar wie schatz ich bin da voll pro Oh! Fressen! Ah! Aber ich glaube nicht, dass wir sie jetzt schon aufnehmen. Ich sag's immer auch nicht. Oh, ganz der Arte! Warum fährst du gleich in den Rasen rein? Doch, Pause! Mach Stop! Jetzt gucken wir uns an, wenn du heute bist. Das war's mit dem Video. Ne, ich kann's euch noch hier hochladen.